Landgericht in Halle In meinem heutigen Video habe ich ein besonderes Schmuckstück für dich. Das Landgericht in Halle. In meinen Augen ist es ein architektonisches Meisterwerk und eines der schönsten Gebäude, das ich bisher besucht und fotografiert habe. Leider waren die Lichtverhältnisse im Gebäude sehr schwierig, um zu filmen. Ich musste das Video stark aufhellen und hatte auch Probleme mit dem Maisabgleich. Aus diesem Grund zeige ich dir am Ende des Videos noch meine Fotografien vom Landgericht. Das Landgericht in Halle gehört zu den Top-Sehenswürdigkeiten der Saalestadt. Wenn keine Prozesse stattfinden, die erhöhte Sicherheit gebieten, kannst du das Gericht werktags bis 15 Uhr besichtigen. Auf dieses eindrucksvolle Gebäude bin ich gestoßen, weil eine befreundete Fotografin davon Bilder in ihrem WhatsApp-Status gezeigt hat. Natürlich war ich daraufhin neugierig und habe sie gefragt, um welches Gebäude es sich bei diesen tollen Bildern handelt. Danach habe ich diese Location auf meiner Bucketliste für Fotografie gesetzt. Als ich vor kurzem dann einen Freund in Leipzig besucht habe, ist mir das Gebäude zufällig wieder eingefallen. Ich hatte das schon wieder ganz vergessen. Spontan habe ich mich dann auf dem Rückweg in den Zug nach Halle gesetzt und einen kleinen Umweg gemacht. Leider war ich aber nicht gut vorbereitet und hatte mein Fischei-Objektiv nicht dabei. Ich bin mir sicher, damit wären meine Bilder noch besser geworden. Beim Betreten des Gebäudes habe ich an der Info nachgefragt, ob es weiterhin möglich ist zu fotografieren und dies wurde bejaht und ich wurde an den Sicherheitsmann verwiesen. Nach einer kurzen Vorstellung und dem Sicherheitscheck durfte ich dann durch und dieses architektonische Meisterwerk bestaunen und fotografieren. Nachdem ich die schlichte Einlasszone passiert hatte und im Treppenhaus stand, war ich von dem Anblick regelrecht beeindruckt. Die farbenprächtige Mittelhalle mit einer eleganten Treppe erweckte den Eindruck einer märchenhaften Kulisse. Das filigrane Metallgeländer und die bemalten Säulen zogen meinen Blick nach oben, zu einem 24 Meter hohen Deckengewölbe mit floraler Ausmalung sowie den Stadtwappen des einstigen Gerichtsbezirks Halle. Im Landgericht Halle haben mich nicht nur die stets variierenden Säulen und Türen fasziniert, sondern ebenso die bleiverglasen Fenster. Mit ihren kunstvollen Ornamenten sind sie nicht bloß ästhetisch ansprechend, sondern gewähren auch großzügigen Lichteinfall. Insbesondere bei intensiven Sonnenscheinen sollten Fotobegeisterte da auf ihre Kosten kommen. Über meinen Besuch im Landgericht Halle könnte ich viel erzählen. Aber ehrlich gesagt, das was ich da gesehen habe, kann man kaum in Worte fassen. Am besten du schaust dir das Gebäude selbst an. Es gibt jede Menge zu entdecken und zu fotografieren. Wenn dir mein Video bisher gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Gerne kannst du das Video auch mit deinen Freunden teilen. Die Farbenprächtigkeit und Architektur hat mich übrigens ein bisschen an die Damensauna im verlassenen Stadtbad in Leipzig erinnert. In meinen Augen hat es sich absolut gelohnt, diesen kleinen Abstecher nach Halle zu machen. Es war eines der schönsten Gebäude, das ich bisher besichtigt habe. Diese Ornamente, Farbgestaltung und Aufteilung. Einfach der absolute Wahnsinn. Ein Mekka für leidenschaftliche Fotografen. Wenn du also in Halle oder Leipzig bist, empfehle ich dir diese Sehenswürdigkeit zu besuchen. Wie bereits erwähnt, hätte ich hier gerne mein Fischei-Objektiv genutzt. Ich finde, das gibt Architekturaufnahmen oftmals noch mal eine besondere Note. Ich habe mich beim Fotografieren weniger auf Details fokussiert, sondern mehr auf die Gesamtwirkung dieses wunderschönen Gebäudes. Bei einigen Bildern habe ich auf die Symmetrie und bei anderen auf gute Aufteilung und Linienführung geachtet. Bei diesem traumhaften Gebäude kann man sich wohl zu Tode fotografieren. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Wenn dir mein Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen Kommentar und ein Abo. Teile dieses Video auch gerne mit deinen Freunden. Liebe Grüße und bis bald. Ciao! 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 Ciao!